WIDERSTANDSFRONT Ha, hinter uns liegt ein UI. Ja, wir spielen den unwahrscheinlich coolen Snow, der keinerlei Waffen braucht, um Gegner fertig zu machen. Selbst wenn er angeschossen wird, boxt er zurück. Und wir haben 50 GIL erhalten. GIL ist unsere Werbung hier. Nicht Werbung, Währung. So. Ja, unsere Währung hier. Wir müssen erstmal wieder mal nach vorne rennen, was wir schon kennen hier. Und wieder eine Sequenz. Und dann gucken. Ah, das ist verrückt. Wir haben einen Schraub. 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 Und wenn wir einen Schraub nehmen, kannst du sie alle schraub. Ah, das ist noch schlimmer. Wir haben einen Schraub. nicht sexy Dame hier me likes you na ja und wir können hier mal wieder Gegner abschnetzeln oder wir haben eine Party aus drei Leuten ich warte mal muss man 4 und wir sehen schon Snow macht hier ist Tank und macht unwahrscheinlich viel Schaden keine Gegenstände gefunden Mikro ist an nochmal gucken und weiter geht's so nächster Kampf hier kann man nicht ausweichen hab ich so das Gefühl und er kann was lustig jetzt kann Handgranaten werfen und nochmal nein doch nicht ich dachte gerade ich hatte Handgranate ausgewählt aber ok keine Gegenstände wenn ihr mich fragt was die Punkte bedeuten ich habe keine Ahnung was diese Punkte da bedeuten ja unsere selbsternannten Helden brauchen keinen Plan zum Siegen weil wahre Helden brauchen keinen Plan die wir gerade gehört haben Vamps nochmal weil so schön ist Vamps ja der hat keine Chance und zack down wir sind die einzige Hoffnung die diese Menschen die diese Menschen hier haben wenn er der Meinung ist also wir haben keinen Druck oder so also nein wenn wir sterben ne und so Handgranate bäh ist nur eingetroffen aber die Handgranate ist auch unwahrscheinlich stark zwei Schläge das Ding ist fast down da drüben ja down ein Heildrank erhalten ja den nehmen wir gerne weil Heildränge können uns heilen ja nein da ist nichts kann ich da vorbeilatschen nein komm ich nicht schade ja es ist ein bisschen stumpf gerade ein bisschen nur die Kämpfe so zu sehen ein bisschen trocken aber was will ich machen ich komm da nicht an vorbei also ne wenn die wenigstens hier Punkte bringen würden würde ich einfach sagen ja okay dann ne aber das tun sie nicht und er wirft die Handgranate sonst wohin muss ich ins Ziel Vamps down noch ein Heildrank erhalten und hier sind die Zivilisten zu denen wir hin sollten haben wir das haben wir das haben wir das Ich habe einen Weg aus hier, also bin ich bereit... Warte, lass mich mit dir kämpfen! Ja, du kannst uns nicht einfach nur hier sitzen! Bitte, lass uns helfen! Okay, dann. Vor und in der Mitte und in der Mitte. Hier, fahre diesen. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Take care, man. Go ahead. Mom? Don't worry. Also könnte ich nicht. Ja, werde ich. Mal possiamole. Sie crownize. honouriert darauf. Get him home, please. Hold on! No! Oh, come on. We have to move.